Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es mal wieder um das Thema Stativ. Ich habe nämlich ein neues Stativ, wenngleich so neu habe ich das gar nicht. Ich glaube, ich habe das jetzt schon seit drei oder vier Monaten, eigentlich seitdem es auf den Markt gekommen ist. Aber ich habe es erst auch mal jetzt diesmal etwas länger testen wollen. Ich habe das jetzt schon seit eben den paar Monaten im Gebrauch. Es ist das vierte im Bunde von der Firma Tinktik und ich habe sie auch alle. Und alle Stative habe ich auch tatsächlich bisher regelmäßig im Gebrauch. Auch mit Ausnahme des größten, das ich euch zuletzt vorgestellt habe, Jumbo, das war mir persönlich für meine Anforderungen zu groß. Und je größer ein Stativ ist, umso schwerer ist es auch. Das habe ich dann relativ zeitnah verkauft. Aber das erste und das zweite, was auf den Markt kam, das Wing, das ganz kleine Reisestativ, das Pyramid, das etwas größere, aber auch noch sehr gut als Reisestativ geeignet, weil es auch noch relativ kompakt und nicht allzu schwer ist. Die habe ich wirklich dauerhaft im Gebrauch und so sehen die inzwischen auch aus. Und das hier ist das Neueste und das ordnet sich eigentlich so schön in der Mitte ein, zwischen dem Pyramid und dem Jumbo. Und es hat eine sehr, sehr schöne Größe für Menschen, ich sage mal, zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter. Und das neueste Objektiv, nee, da kommt ein Objektiv drauf an der Kamera, aber das neueste Stativ ist das sogenannte Rotor. Und dieses Stativ wird speziell von Tinktik nicht nur als klassisches Fotostativ adressiert, sondern insbesondere auch als Stativ für Foto und auch sehr gut für Video. Und das wiederum hat zu tun mit dem speziellen Zubehör, das man als Kombipaket mit dem Stativ kauft. Und welche Sachen das sind, das gucken wir uns jetzt an. Kommen wir zu den wesentlichen technischen Eigenschaften des Stativs. Davor aber noch ein ergänzender Hinweis und der betrifft die Stativköpfe oder insbesondere natürlich jetzt den neuen Stativkopf, den größten bisher, den Jumbo mit einer Traglast von bis zu 25 Kilo. Es wurde in der Vergangenheit mehrfach da kritisiert, auch von vielen Anwendern oder von einigen Anwendern zumindest, dass wenn die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt sinken, dass es dann schwierig wird, das Stativ, nein, den Stativkopf zu bedienen. Ich hatte in Lapland damit auch schon ein wenig Schwierigkeiten. Und das hat zu tun mit dem verwendeten Dämpfungsöl, das wohl offensichtlich nicht so frostfest war, wie das hätte sein sollen, wenn man bei solchen niedrigen Temperaturen fotografiert bzw. den Kopf beim Fotografieren verwendet. Und das Dämpfungsöl wurde jetzt geändert. Man hat jetzt ein anderes Dämpfungsöl im Gebrauch bei allen neuen Stativköpfen, insbesondere jetzt auch wie gesagt bei diesem hier, bei dem großen, sodass man keine Schwierigkeiten mehr haben sollte bei sehr niedrigen Temperaturen, bei deutlich unter null absinkenden Temperaturen zu arbeiten. Und das betrifft im Wesentlichen einmal die Panoramafunktion hier unten, womit man den gesamten Kopf um seine eigene Achse drehen kann und natürlich auch, um die Kugel oben zu bewegen. Die Kugel selber ist nicht mit einem Dämpfungsöl versehen oder braucht da auch keins, aber der Knopf, um das Ganze zu fixieren, der wiederum hat ein Dämpfungsöl. Und diese beiden Elemente ließen sich dann fast nicht mehr bedienen und das hat man jetzt an der Stelle geändert. Kommen wir aber nochmal zurück zum Stativ. Das Stativ hat ein Gewicht von etwa 1,9 Kilo, hat eine Höhe, die Basalplatte hat, eine Höhe von 1,45 Meter. Und das sollte eigentlich für die meisten, für meine Körpergröße reicht das gut. Ich denke für Leute mit einer Körpergröße von um die 1,80, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, kommen wir mit dem Stativ sehr gut hin. Und dementsprechend ist es, glaube ich, fast das universellste Stativ, zumindest für viele etwas größere fotografierende Menschen, so dass wir nämlich dann wirklich ohne uns nach vorne beugen zu müssen, sehr schön, ihr könnt das sehen, durch das Okular der Kamera gucken können. Also wir können wirklich schön gerade durchgucken, ist also eine schöne Arbeitshöhe. Ansonsten ist eigentlich nicht sehr viel dazu zu sagen, wie alle Tink-Tink-Stative, alle drei, die ich habe bzw. hatte, sehr gut verarbeitet. Es läuft, funktioniert alles einwandfrei, insbesondere auch hier diese Schraubelemente. Solange ich die Stative habe, gab es dann die Schwierigkeiten, auch selbst wenn da ein bisschen Sand eingedrungen war, alles kein Problem. Also insofern, die Qualität ist über jeden Zweifel erhaben. Zumindest in den letzten Jahren des Gebrauchs. Was noch natürlich hinzukommt, das gilt jetzt wieder für die Stativköpfe, natürlich ist die Schnellwechselkupplung, die dabei ist, und da gehört normalerweise auch noch gleich eine Platte dazu, die man unter die Kamera schrauben kann, solltet ihr nichts anderes schon an der Kamera dran haben, ist natürlich AKS FIS-kompatibel und damit am universellsten verwendet. Das ist eigentlich schon alles, was man sagen kann. Für mich gute Tink-Tink-Qualität, an der gibt es für mich nichts auszusetzen. Und natürlich, wir können, weil wir keine Mittelsäule haben, ihr seht das, wir haben hier so einen Stumpf, dazu komme ich gleich. Warum wir da so einen Stumpf haben? Denn hier können wir dran schrauben und können das Ganze lösen. Wir können das Stativ ohne Probleme in verschiedenen Positionen, Winkeln aufstellen, insbesondere auch bodennah und deswegen, das ist ganz wichtig fürs bodennahe Fotografieren, hier gibt es keine Mittelsäule, nur diesen Stumpf, aber dieser kürzere hat eine Höhe, sodass es beim Ausbringen keine Probleme zum bodennahen Fotografieren kommt. Und jetzt gucken wir uns mal das Zubehör an, was mit dem Stativ kommt und wozu man das verwenden können kann. Ein wesentlicher Aspekt, der von Tink-Tink mit dem Stativ und dem entsprechenden Zubehör adressiert wird, ist, dass dieses Stativ in Verbindung mit dem Zubehör insbesondere auch sehr gut geeignet ist, sowohl für Foto als auch für Video. Denn hier gibt es ein paar Besonderheiten, die man bei dem Stativ beachtet hat. Den Aufbau, den wir jetzt hier sehen, das ist ganz klassisch. Wir haben eine Basalplatte, die im Übrigen tauschbar oder wechselbar ist. Dann diesen relativ niedrigen Knopf oder beziehungsweise dieses Schraubelement, sodass wir den Kopf oben schön festdrehen können. Da gibt es auch keine Probleme mit irgendwelchen Inbus-Geschichten, dass du nicht den passenden Inbus-Schlüssel dabei hast oder der ist ausgeleiert. Damit kann man immer schön alles abschrauben, auch wieder dran schrauben. Also eigentlich eine grundsätzlich sehr schöne Konstruktion. Und damit können wir das Ganze auch abnehmen. Und damit haben wir das Stativ erstmal lose. Basalplatte ist die hier und da habe ich dann den Kopf dran. Und hier haben wir dieses kurze Element. Und das ist also die eine Möglichkeit. Es gibt eine zweite Möglichkeit, denn wir haben hier eine Schale in dem Stativ, die dann neben der Basalplatte, die man oben aufbringt, auch Halbschalen oder Halbkugeln einbringen kann. Und da gibt es dann die zweite Variante zum Fotografieren, nämlich die Panorama-Variante. Ich nehme jetzt mal dieses längere Element, das ist natürlich dann für Bodennahen nicht mehr geeignet, hat aber einen schönen langen Hebel, sodass man da auch noch eine ergänzende Sache mitmachen kann. Deswegen, ich mache das erstmal schön fest. Damit ist das Ganze jetzt fest. Dieser Kopf ist sehr flach und hat auch eine Panorama-Funktion. Machen wir mal die Kamera da drauf. Machen wir ihn hinten mal fest. Und wir haben hier vorne eine ergänzende Schraube. Damit können wir das Ganze lösen, sodass wir jetzt hier eine Panorama-Funktion haben. Also ein spezieller Panorama-Kopf. Und ihr kennt das, wenn ihr auch schon mal Panorama-Fotografie macht, wie kriegst du das Stativ mit der Kamera so plan ausgebracht, dass du wirklich horizontal schwenken kannst. Sie können gerne vorbeigehen, das ist überhaupt kein Problem. Dann machen wir jetzt hier mal eine kurze Pause. Ich glaube, jetzt sind alle vorbei. Dann machen wir mal weiter. Wir haben also hier diesen Panorama-Kopf. Und die Frage, die man sich natürlich immer stellt, wie kriege ich die Kamera waagerecht ausgerichtet, damit wenn ich schwenke, damit ich nicht zur Seite schwenke und nachher einen Teil des Bildes verliere. Dazu haben wir einmal hier unten diesen Knopf. Den können wir wieder schön lösen. Und ihr seht das, wir haben eine Halbschale. Die kann man, glaube ich, in einem Winkel von etwa plus, minus 15 Grad variieren. Wir haben eine Wasserwaage drin an den Elementen und können dann sehr genau daran ausrichten. Ihr könnt es aber auch ergänzen mit der Wasserwaage in eurer Kamera machen. Könnt ihr dann sehr schön die Kamera ganz einfach horizontal ausrichten. Dafür ist also die Panorama-Funktion sehr gut geeignet. Das ist sehr umständlich. Falls ihr schon mal probiert habt, wenn ihr das direkt mit dem Stativ machen wollt, bis ihr das Stativ, auch hier ist auch eine Libelle drin, aber bis man das Stativ wirklich plan hat, das Ganze komplett vergessen. Ich habe das in der Anfangszeit gemacht, als ich angefangen habe mit Panorama-Fotografie. Da habe ich, glaube ich, manchmal zehn Minuten da rumgebastelt. Macht keinen Spaß, muss auch nicht sein. Deswegen gibt es hier diese Halbschale mit dieser Kugel und der speziellen Panorama-Funktion. Man kann das natürlich auch mit dem Kopf machen. Dann hat man etwas höheren Aufbau, geht aber auch. Das ist also die zweite Variante für Panorama-Fotografie oder generell für Fotografie. Nehmen wir den ganzen Krempel wieder mal ab. So, langes Gewinde. Dann hält es auch gut. Die Kamera kann ich da auch noch rausnehmen. Dann gibt es noch eine zweite Halbschale, beziehungsweise keine Halbschale. Die Halbschale ist ja drin. Eine zweite Halbkugel und die ist verwendbar, um einen wie auch immer gearteten Kamerakopf da drauf zu kriegen. Und das kann nämlich auch sein, ein Videoneiger. Und jeder von euch, der auch schon mit dem Videoneiger gearbeitet hat oder den zumindest schon mal gesehen hat, der weiß, der Videoneiger kann entweder nach vorne oder nach hinten geschwenkt werden oder auch in der Horizontalen. Aber wir haben die dritte Dimension fehlt. Und um jetzt auch den Videokopf schön plan auszurichten, wenn man das will, ist dann eben diese Schale geeignet, auf die man dann einen Kopf drauf machen kann. So wie beispielsweise auch jetzt den, das mache ich mal, den normalen Kugelkopf. Weil ich habe keinen Panoramakopf, zumindest jetzt nicht dabei, sodass man auch einen normalen Kopf da drauf machen kann. Stellt euch vor, das ist jetzt der Videoneiger und dann könnt ihr den auch schön ausrichten. Also man hat daran gedacht, dass man sowohl die Fotografen als auch die Videografen adressieren kann mit der kompletten Konstruktion des Ting-Tig. Wie heißt es? Rotor. Kommen wir kurz zum Preis. Können wir relativ kurz machen. Wir haben im Prinzip zwei Dinge, die jetzt nur auf den Markt gekommen sind. Das Rotor mit dem gerade beschriebenen und gesehenen Zubehör. Diese ganze Kombination kostet 399 Euro. Ich weiß aktuell nicht, ob das Stativ auch mal separat noch auf den Markt kommt. Dann wäre es natürlich um einiges billiger. Aktuell gibt es aber nur dieses komplette Kit, was man kaufen kann, Stativ mit dem gerade gesehenen Zubehör. Nicht allerdings mit dem Jumbo, mit dem neuen Kopf. Der allerdings ist für so einen großen, so einen tragfähigen und Kopf sehr günstig. Insbesondere auch, weil er eine schöne große Kugel hat und jeder von euch, der auch schon mit kleineren Kugelköpfen gearbeitet hat, weiß, je kleiner die Kugel eines Kugelkopfes ist, umso weniger präzise kannst du das Ganze ausrichten. Und je größer die Kugel ist, umso sauberer kannst du den Kopf schön auch millimetergenau ausrichten. Und ganz wichtig, der Kopf sagt auch nicht nach. Wenn man also das ganze Ding festschraubt, wenn man also hier den Knopf festschraubt, dann steht der Kopf. Eigenheit bei allen Ting-Tig-Köpfen ist der Weg, der Arretierschraube ist sehr lang. Man muss hier relativ lange drehen. Das kenne ich von anderen Kugelköpfen anders. Da ist der Weg deutlich kürzer. Es ist aber zumindest bei allen Ting-Tig-Köpfen, ist es so, da hatten die sich auch was bei gedacht. Ich habe allerdings vergessen, was. Ich hatte mal nachgefragt, weiß ich aber nicht mehr. Es gab einen Grund, warum man diesen Drehweg ganz besonders lang macht. Das, daran gewöhnt man sich. Aber Fakt ist auf jeden Fall, schöner große Kugel, schön präzises Arbeiten mit dem Kopf. Und der kostet 109 Euro. Und das ist für so einen Kopf, wie ich finde, ein absoluter Schnapper. Mit dem Ting-Tig-Rotor bringt Ting-Tig ein viertes Stativ auf den Markt, das sich, wie ich finde, sehr schön einreiht und auch wunderbar einpasst in die bisherige Serie. Wir haben also jetzt vier verschiedene Stativgrößen und mit dem Rotor insbesondere auch ergänzendes Zubehör, sodass das Fotografieren oder das Film oder je nachdem, wie ihr unterwegs seid, auch beides sehr vielseitig, sehr flexibel, sehr schön möglich ist. Gerade durch diese Halbschalenkonstruktion mit den jeweiligen halbkugeligen Elementen, sodass man das Ganze schön ausrichten kann. Das Stativ ist in gewohnter Ting-Tig-Qualität und aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Qualität. Ich hatte es ja in der Anmoderation schon gesagt, ich habe alle vier Stative, eins davon habe ich verkauft, also ich habe unverändert drei, seit Anbeginn der Ting-Tig-Zeiten und ich habe alle noch im Gebrauch. Und da gab es noch nie technische Schwierigkeiten, mit einer Ausnahme, dass das Dämpfungsöl, was in der Vergangenheit verwendet wurde, bei sehr niedrigen Temperaturen Probleme macht. Aber auch das hat man ja adressiert. Wenn ihr 1,70 Meter, 1,80 Meter, so wie ich 1,82 Meter, 1,85 Meter groß seid, also ich sage mal normal groß, dann ist das auf jeden Fall ein Stativ, das ihr in Erwägung ziehen könnt, auch bei dem Preis. Insbesondere der Kopf, der neue Jumbo-Kopf ist sehr, sehr gut gelungen und kostet relativ wenig Geld. Und dann wäre noch die Frage, kommt das Stativ auch mal irgendwann ohne dieses Kit und ohne das Zubehör? Und dann ist natürlich der Preis auch bei der Kombination nachher sehr attraktiv.